Hey Leute, ich dachte es ist mal wieder Zeit für ein neues Wort des Sages. Heute mit dem Handy. Das ist ein englisches Wort. Man könnte denken, es heißt einfach Handy auf Englisch. Da würdet ihr falsch liegen. Denn auf Englisch heißt dieses schöne Ding hier Mobile Phone. Und einfach Mobile oder einfach Phone. Manchmal hat man auch, ich glaube in Amerika ja verbreitet das Wort Cell Phone. Allerdings Mobile Phone sollte das wohl am bekanntesten Wort. Das bekannteste Wort für das deutsche Handy sein. Einfach Mobile für Mobil und Phone für Codes für Telephone. Und ja, das war es für dieses Englisch Wort des Tages. Falls ihr was gelernt habt, liken, teilen, abonnieren und so weiter. Und bis morgen zum nächsten Englisch Wort des Tages. Möglichst täglich auf Englisch. Auf YouTube und Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.